Hallo ihr Lieben, nun ist es schon soweit. Mit mir öffnet ihr das 17. Türchen. Das eigentliche Video, das ich machen wollte, hat so leider nicht geklappt. Deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme mir die Zeit und mache extra für euch einen kleinen Trailer über unsere wunderbare Weihnachtsfeier im Reitstall. Natürlich habe ich, wie alle anderen auch, die Nummer schön versteckt. Ich hoffe, ihr findet sie trotzdem. Ich verlinke euch unten in der Infobox noch die anderen Kanäle und sowohl auch das 16. als auch das 18. Türchen. Im ersten Türchen findet ihr natürlich noch die ganzen Infos. Wenn ihr gerade nicht wisst, um was es geht bei unserem Adventskalender. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und ja, schaut es euch an. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020